Sie hören Planet der Alten. Was, wenn der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist? Geschrieben von Marie Merz. Gelesen von Juliane Hempel. Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Anno 2125. Judith und Phil absolvierten ihren Dienst im Historischen Museum. Sie waren gern dort zwischen all den Exponaten, die Aufschluss über ihre Geschichte gaben. Über all jene Gattungen, die nacheinander den Planeten Erde besiedelt hatten. Wie jedes Mal, wenn Judith hier in den heiligen Hallen zum Putzen eingeteilt war, schritt sie ehrfürchtig an den ausgestopften Primaten entlang. Gorilla, Orang-Utan, Schimpanse, Homo. Die Familie der Hominiden. Judith war ein großer Fan der Menschenaffen, von ihrer Entstehung bis zu ihrem Untergang. Nur eine Spezies hatte sich im Laufe von sechs Millionen Jahren weiterentwickelt. Der Homo sapiens. Die riesige Schautafel, auf der die Evolution des mächtigsten Menschenaffen dargestellt war, hatte Judith schon oft studiert. Fasziniert flüsterte sie die überlieferten Fachbegriffe in der längst toten Sprache. Sahelanthropus tradensis. Ororin toganensis. Adipithecus ramedus katapa. Judith, du kennst deine Pflichten. Dein romantisches Interesse an diesen Affen gehört definitiv nicht dazu. Nenn sie nicht so. Es sind die Alten. Mit finsterer Miene schaute sie zu Phil. Schon mehrfach hatte er sie gerügt, ihr Arbeitspensum nicht zu schaffen, weil sie sich sinnentfremdet verhalten würde. Aber diese behaarten Wesen faszinierten sie nun mal. Natürlich waren es Affen gewesen, aber hübscher Klang die Alten. Australopithecus anamensis, flüsterte sie weiter. Homo habilis. Homo erectus. Homo neandertaliensis. Sie alle gehörten zur Familie der Primaten, der Hominidae oder auch Hominiden. Eine Spezies hatte quasi die andere ausgelöscht. Wie archaisch, dachte sie. Judith. Ihr Kollege Phil schaute sie auffordernd an. Ja, sie musste endlich mit dem Putzen weitermachen. Also schaltete sie ihr Ultraschallgerät ein und verrichtete routiniert ihre Arbeit. Beim ausgestopften Homo sapiens ließ sie sich besonders viel Zeit. Er war ihr Liebling. Bildete er doch die Spitze der humanen Evolution. Wie ein Parasit hatte er die Erde besetzt und seine Artgenossen verdrängt. Bis zur globalen Katastrophe vor knapp 100 Jahren. Judith? Wie weit bist du? Nur widerwillig folgte sie Phil in die Halle der Ahnen und damit einem klar strukturierten Plan, der vorsah, binnen weniger Stunden das gesamte historische Museum vom Staub der Zeit zu befreien. Einmal im Jahr durften sie diesen atmosphärischen Ort betreten. Judith erledigte diese Aufgabe mit Stolz und jeder Menge Neugier. Das Zeitfenster war knapp und doch war es ihr möglich, jedes Jahr etwas Neues zu entdecken, das sie begeisterte. Phil war gerade dabei, die Statuen der drei Weisen zu säubern. Sein Ultraschallgerät surrte leise vor sich hin, während die hohen Frequenzen Staubkorn für Staubkorn eliminierten. Judith, wurde sie ein weiteres Mal von Phil ermahnt. Er war sehr schlicht in seiner Natur, auf das Wesentliche konzentriert, trotzdem mochte ihn Judith. Sie waren Studienkollegen an der Universität Fratis, bis sie eines Tages in der Lage sein würden, ihren festen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Dieses Privileg bezahlten sie mit eifrigem Lernen und dem alljährlichen Arbeitseinsatz im Historischen Museum. Für Phil war es einfach nur ein Job, für Judith ein Abenteuer. Deshalb waren Phil's Ermahnungen auch alles andere als zielführend. Judith wollte lernen, nicht putzen. Aus diesem Grund schlich sie nun zu einem prächtigen Schrank aus Eichenholz, den sie bei ihrem Besuch im letzten Jahr schon faszinierend gefunden hatte. Damals jedoch nicht dazu gekommen war, ihn genauer zu inspizieren. Bevor sie sich jedoch ihrem Fundstück widmen konnte, hörte sie erneut die strenge Stimme ihres Kommilitonen. Was machst du da? Phil, ich mache meine Arbeit. Was glaubst du denn? So ein Schrank muss auch mal von innen entstaubt werden. Das ist doch logisch, oder? Freudig erregt vernahm Judith ein Knarren, als sie eine der verzehrten Holztüren öffnete. Ein unbekannter Geruch strömte ihr entgegen. Es rauch nach... Puh, was riecht denn hier so streng? Zerstörte Phil ihren magischen Moment. Dieser pragmatische Kleingeist, dachte sie schmollend. Nimm die Finger weg, du Homo, schimpfte sie, als Phil sich an ihr vorbeidrängte und ein rechteckiges Ding aus dem Schrankfach nahm. Es war blau, etwa 20 Zentimeter lang, halb so breit und nicht sehr hoch. Auf der nach oben gewandten Fläche stand das Wort Notizbuch. Phil und Judith studierten nebenbinären Systemen auch die Sprachen der Alten, weshalb sie lesen konnten, was dort geschrieben stand. Aber noch nie in ihrem Dasein hatten sie ein Buch in den Händen gehalten. Sie kannten den Begriff aus dem historischen Seminar, auch Abbildungen davon, aber das hier war Geschichte zum Anfassen. Judith war begeistert und auch Phil entdeckte allmählich seine Neugier. Hektisch überflog er die handgeschriebenen Seiten, roch daran und verzog angewidert das Gesicht. Lass mich mal, quengelte Judith und nahm Phil das Buch aus der Hand. Das ist der Duft der Vergangenheit. Mit großen Augen las sie den Text auf der Innenseite. Nachtrag am 25. Dezember 2065 Wie es scheint, sind wir die letzten Menschen. Ich vertraue dieses Buch der Zeit an. Nicht in der Hoffnung auf Hilfe, sondern als Nachlass für jene, die da kommen werden. Wir haben unseren Planeten zerstört. Doch für den Untergang der humanen Spezies sind letztlich drei Irre und ihre Humanoiden verantwortlich, die uns jetzt nach dem Leben trachten. Die letzten Menschen? Fragte Phil erstaunt. Ja, so steht es hier, erwiderte Judith und blätterte vorsichtig die Seite um. Humanoiden sollen das getan haben? Das kann doch nicht sein. Fügte sie verwirrt hinzu und begann zu lesen. Es ist Heiligabend und wir haben nicht mal mehr Kerzen. Seit 40 Jahren leben wir nun schon in diesem Bunker. Wir fühlen uns gefangen in dem letzten bisschen Welt, das der Menschheit geblieben ist. Vor der Katastrophe hat man unsere Eltern hierher evakuiert. Keine 24 Stunden, bevor das atomare Inferno begann. Insgesamt 79 Menschen haben hier unter dem Bahnhofsgebäude in Stuttgart überlebt. Im Bunker S21. Wissenschaftler, Ingenieure, Ärzte, Künstler, die geistige und kreative Elite der einstigen Bundesrepublik Deutschland sowie ihre Nachkommen. Niemand von uns weiß, was nach dem globalen GAU draußen geschah. Am ersten Tag hatten unsere Eltern noch Kontakt nach Berlin, Paris, London und zu anderen europäischen Hauptstädten gehabt. Am zweiten Tag war nur noch gebrabbelt zu hören gewesen. Am dritten brach die Verbindung komplett ab. Die Technik funktionierte, nur war da draußen scheinbar niemand mehr, der sie bedienen konnte. Jetzt werden die Ressourcen knapp. Natürlich haben wir im Laufe der Zeit Technologien entwickelt, die unser Überleben sichern. Wir gewinnen Wasser aus dem meterdicken Beton und der Luft, erzeugen Strom über Erdwärme, bauen Getreide, Obst und Gemüse an, mit dem wir uns und die Nutztiere ernähren. Essen und Trinken gibt es genug. Was knapp wird, sind Medikamente, Zahncreme, Tampons, Kerzen und vor allem Zerstreuung. Die Bücher in der riesigen Bibliothek wurden von jedem Überlebenden bereits mehrfach gelesen. Worüber wir hier unten in diesem Kokon aus Stahl und Beton reichlich verfügen, ist Zeit. Alkohol und Zigaretten sind hingegen schon vor Jahren ausgegangen. Das Klima eignet sich nicht für den Anbau von Tabak und Wein. Das Schnapsbrennen kommt aus Gründen der Explosionsgefahr nicht in Frage. Die Bunkeranlage der Stuttgarter Innenstadt wurde von klugen Köpfen konzipiert. Sie sollte das Überleben sichern. Woran auf lange Sicht aber nicht gedacht wurde, war die Tatsache, dass auch der intelligenteste und kreativste Geist bisweilen Zerstreuung braucht. Deshalb wächst der Unmut unter den Überlebenden von Jahr zu Jahr. Niemand will sich eingestehen, dass eine Gemeinschaft an so banalen Dingen wie Alkohol und Zahncreme scheitern kann. Doch insgeheim sehnt sich so mancher von uns nach einem guten Schluck Wein oder Whisky. Whisky? Fragte Phil neugierig und schaute Fragen zu Judith. Diese zuckte ratlos mit den Schultern. Erzäh 245 Es geht пять Herr Erzäh 3 Erzäh 6 Erzäh 6 Ich